Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren kleinen Allianz Jägerinnen. Ja diesmal gibt es ein kleines Infovideo. Ich wollte euch mal fragen was ihr von diesen Let's Play mit unseren Jäger haltet. Ob ihr es weiter sehen wollt. Mir macht es Spaß das Let's Play aber ich denke mir kommt ja jeden Tag auch eine Jäger Folge raus wo wir von Level 110 bis 120 Questen und denen auch dann ausstatten. Mein Hauptschar mein Main, mein Targary auch ein Jäger natürlich aber Horde Seite. Ich wollte euch einfach mal fragen ob ihr beides sehen wollt oder nur auch eins sehen wollt. Also ich würde vielleicht den den kleinen Jäger hier den Allianz Jäger erstmal pausieren lassen bis wir sagen wir den anderen Jäger soweit gequippt haben dass wir da nicht täglich noch was machen müssen sondern nur ab und zu malen. Also ein Raid oder eine Instanz nur nochmal zeigen dass wir den dann weiterspielen. Ich würde mich freuen wenn ihr viele Kommentare da lässt. Mir schreibt was eure Meinung ist wie ihr es wollt. Ich bin für alles offen ihr wisst das. Ich würde mich einfach freuen guckt euch das Video einmal ganz kurz an ist nicht ganz so lang. Kommentiert einfach bitte dann weiß ich Bescheid so was ihr so wollt oder ihr sagt jetzt na wir wollen es doch weiter sehen dann na klar dann mache ich es weiter. Oder ihr sagt nee komm pausier es oder lass es ganz. Mal gucken was ihr so runter schreibt. Ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei irgendeiner Let's Play Folge könnt ihr auch reingucken. Das hat sich echt doof angehört. Guckt einfach rein egal bei was. Ich danke euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.